Eine der wichtigsten Anwendungen des Set-Befehls ist, dass man damit Strukturattribute auch in der Konkordanz mit ausgeben lassen kann. Das ist wichtig für die spätere Analyse. Wenn wir bis hierhin also hauptsächlich Corpus Linguistic am Bildschirm gemacht haben, lernen wir jetzt Dinge, die wir später zur Datenanalyse brauchen. Um Metainformationen für Hilarious anzeigen zu lassen, müssen diese als sogenannte Print Structures gesetzt werden. Das geht mit Set-Print-Structures sowie den Namen der Strukturattribute, die Sie anzeigen lassen wollen. Angenommen, ich will für jeden Beleg mit ausgeben, ob er aus der geschriebenen oder gesprochenen Sprache ist, das war ja Text-Mode, dann füge ich Text-Mode hier in Anführungszeichen mit an. Ob die Anführungszeichen einfach oder doppelt sind, spielt keine Rolle, aber Sie müssen bei Print-Structures auf die Groß- und Kleinschreibung achten. Wenn ich mir jetzt die Anfrage nochmal anzeigen lasse, dann sieht man vor dem Beleg die Metainformation. Man kann auch mehr als eine Metainformation gleichzeitig anzeigen lassen, indem man beide Attribute mit Komma abtrennt. Set-Print-Structures, Text-Mode, U6 und dann Cat-Last. Hier sieht man jetzt übrigens sehr schön, dass U6 nur dort verfügbar ist, wo Text-Mode gleich spoken ist. Bei Written bleibt das Feld einfach leer, weil U6 dort nicht zutrifft. Wenn Sie ein Beispiel aus einem Korpus in Ihrer Arbeit verwenden, müssen Sie natürlich auch mit angeben, woher Sie Ihren Beleg haben. Bei Corpora hat sich eingebürgert, dass Sie neben dem Namen des Korpus auch die Textstelle mit angeben, meist in Form der Korpus-Datei. Achten Sie bei der Lektüre Korpuslinguistische Literatur darauf, wie das für das BNC gelöst ist. Dort steht nämlich meistens so ein dreistelliger Code aus Buchstaben und Zahlen. Das ist dann die Text-ID für einen der 4000 BNC-Texte. Steht danach noch eine Zahl, bezieht sich die Zahl meistens auf die Satz-ID. Beides kann man sich auch in CQP ausgeben lassen und Sie sollten sich angewöhnen, immer mindestens die Text-ID zu setzen und dann auch mitzuexportieren. Meistens heißt die Text-ID sinnigerweise Text-ID. Also fügen wir das dem Befehl zu Set Print Structures hinzu. Ich persönlich setze Text-ID und ähnliche Informationen übrigens immer gerne an den Anfang. Das ist zwar nicht zwingend notwendig, aber Text-ID hat als Variable eine ganz andere Qualität als die Textsorte oder das Geschlecht zum Beispiel. Warum die Text-ID auch für die Einschätzung eines Phänomens hilfreich sein kann, sieht man übrigens hier. Vier Belege für Hilarious kommen aus jeweils zwei Texten. Solche Dinge können immer ein Hinweis darauf sein, dass eine sprachliche Einheit auf einen bestimmten Text oder eine Textsorte begrenzt ist, also nicht gleichmäßig auf das Korpus verteilt ist. Das ist natürlich häufig der Fall bei Fachvokabular. Wichtig ist jetzt noch Folgendes. Wenn man ein Strukturattribut zu den Print Structures hinzufügen möchte, muss man alle Print Structures neu angeben oder eine vorige Eingabe modifizieren. Mit anderen Worten, jedes Ausführen von Set Print Structures überschreibt zuvor gesetzte Einstellungen. Will man die Print Structures wieder deaktivieren, setzt man Set Print Structures und zwei Anführungszeichen, zwischen denen nichts steht.